Hallo, seid herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Ich bin mal wieder getaggt worden, und zwar diesmal vom LP Storm100. Storm, ich danke dir, weil ich mach da ja immer sehr, sehr gerne mit. Es ist auch wieder ein Gaming-Tag, wie alles begann. Das sind Fragen, die ich im Grunde auch schon mal beantwortet habe, in der einen oder anderen Form, aber vielleicht noch nie so speziell. Storm, hör zu! Frage Nummer 1. Wie bist du damals zum Zocken gekommen? Ja, wie bin ich zum Zocken gekommen? Also, dass ich so richtig mit dem Zocken angefangen habe, jetzt nicht an irgendeinem Daddelautomaten oder aber dieses blödsinnige Tennis, das ich bei Freunden gespielt habe, am Fernseher, sondern zum Gamen bin ich eigentlich erst dann gekommen, als ich mir meinen ersten PC gekauft habe. Ich war da ein bisschen spät dran, ich bin da erst mit der 386er-Generation eingestiegen, das war so irgendwann, ich weiß nicht, 94, 93, 94, so rum etwa. Mein Bruder, der war natürlich schon viel früher dabei, der hat mit dem Commodore und mit, was weiß ich für komisch, Schneider-PC oder Schneider-Kon... Ach, was weiß der Kuckuck, hat der bereits schon gespielt und dann auch immer am Fernseher meiner Eltern Fraktale gerechnet. Das hat Stunden gedauert. Die ganze Familie war stinkig, weil man nicht Fernsehen gucken konnte, weil sie sich dann nach und nach so ein Strich nach dem anderen aufgebaut haben. Und der hat er auch gespielt, ich weiß gar nicht, was der damals gespielt hat. Wie auch immer, da hat es mich noch nicht so sehr interessiert, das Spielen kam im Grunde genommen wirklich mit dem Kauf des ersten PCs. Ja, da fing man dann halt mal mit Solitaire an, weil das war ja so mitgeliefert, also gar nichts Besonderes. Und irgendwann bin ich dann auf die Spielerei gekommen. Das war ja zu der Zeit, 94, 95, war das ja nicht ganz so wie heute. Da war das Gaming A nicht so in, B hatte man überhaupt gar nicht diese Informationsmöglichkeiten, weil Internet war gerade mal so in seinen Anfängen. Das Internet, wie man es heute kennt, gab es damals noch gar nicht. Damals waren die großen Anbieter wie AOL, CompuServe oder solche Geschichten. Also nicht direkt Internet, ging eigentlich nicht direkt ins Internet, sondern ging in den AOL, CompuServe eigenen Vorhof. Also es war ein bisschen schwer, sich zu informieren. Und dennoch irgendwann, natürlich, ich glaube durch eine Gaming-Zeitschrift, als ich ins Geschäft gefahren bin, musste ich mir irgendwas zum Lesen kaufen, bin ich auf die Spiele aufmerksam gemacht worden oder bin ich aufmerksam geworden oder so in der Art. Ach ja, Tetris fand ich auch geil. Meine Güte, was haben wir Tetris gespielt? Halleluja, des Nächten fielen die Steine vor unseren geistigen Traumaugen. Das war wirklich der Hammer. So, Punkt 2. Mit welchem Alter hast du dein erstes Game gespielt? Hm, also es muss 94 oder 95 gewesen sein. Also das erste richtige Game. Muss 94 oder 95 gewesen sein. Wie alt war ich da? 94, 95? Ja, 1 oder 32? Also schon eine olle Trulle. Schon damals doppelt so alt wie manch Let's Player heute. Ja, also so 1 oder 32 muss ich gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, Punkt 3. Na, Frage 3. Was war deine erste Konsole? Ja, ich hatte das jetzt erst vor kurzem erzählt. Es war meine Xbox 360. Diese ganzen Handtails habe ich natürlich nicht mitgemacht. Das ist ja, finde ich, schon eher was für die Kleinen. Ganz ehrlich. Also da konnte ich nicht viel abgewinnen. Die erste Konsole, wie gesagt, Xbox 360. Und das ist im Grunde genommen auch jetzt gerade mal, gerade mal zwei Jahre her. Ich glaube im November sind es zwei Jahre, dass wir sie gekauft haben. Und ich bin mit der Xbox eigentlich ganz zufrieden. Die ist wirklich in Ordnung. Also ich kann diesen Konsolenkrieg, Xbox, PS3, wie, ach schlag mich tot, kann ich nicht nachvollziehen. Die haben alle ihre Vor, die haben alle ihre Nachteile. Was mich interessiert, sind die Spiele, die ich drauf spielen kann. Und insofern ist mir eigentlich völlig egal, welche Konsole. Ich kann diese Glaubenskriege auch in anderen Punkten einfach nicht nachvollziehen. Was ich allerdings sagen muss, mir gefällt der Controller von der Xbox besser. Das hat folgenden Grund, er wirkt stabiler. Und ich habe kleine, höchst kräftige Hände. Und neige beim Spielen auch dazu, so richtig zuzudrücken. Und da habe ich bei dem PS3-Controller immer so ein bisschen Angst, dass ich ihn kaputt mache. Aber mache ich natürlich nicht. Habe ich jetzt bei Beyond Two Souls, habe ich es gesehen, weil es ist das erste Spiel, das ich auf der PS3 wirklich zocke. Dass ich mit dem Controller irgendwie immer so den inneren Drang habe, ein wenig vorsichtiger umzugehen. Das ist aber auch schon das Einzige. Im Grunde genommen ist mir egal, welche Konsole, es kommt auf die Spiele an. Frage Nummer 4. Was war dein erstes Game? Also wenn ich jetzt mal von diesem schwachsinnigen Tennis absehe, oder auch von Tetris und Solitaire, das waren so die ersten, war das allererste Game, das ich gespielt habe, Day of the Tentacle, Maniac Manson. Das war das erste, das Spiel lieb ich bis heute, ich könnte mich totlachen, wenn die einen Remake machen, HD-Remake machen, dann bin ich dabei, das werde ich let's playen. In jedem Fall, weil ich dieses Spiel unwerfend komisch finde. Überhaupt, wie die Spiele früher gemacht worden sind, da waren ja eigentlich alles so Adventures in der Art. Ich fand die teilweise brüllend komisch. Frage Nummer 5. Was war dein erstes Game, das du dir von deinem eigenen Geld gekauft hast? Na, angesichts des Alters, in dem ich mit dem Gaming angefangen habe, ist ja eigentlich, ja, selbstredend schon völlig klar, hm, das ist, das ist wohl Maniac Manson gewesen sein muss. Also das erste Spiel, das ich gespielt habe, war natürlich auch das erste Spiel, das ich mir selber gekauft habe. Ich war da schon immer in der glücklichen Situation, dass ich mir da nie was von den Lippen, von dem Mund absparen musste, weil die paar Kröten, die waren eigentlich immer da. Also, ne, mit über 30, Gott, ich bin berufstätig. Das heißt, also, ich habe da keine besondere Erinnerung dran. Viele jüngere Gamer, die haben ja, weil sie eventuell auf den Spielen sparen mussten, die haben ja an ihre ersten Spiele oder ihr erstes Spiel, das sie vom eigenen Geld gekauft haben, eine besondere Erinnerung. Weil das muss ein erhebendes Gefühl gewesen sein. Ich weiß noch, wie das früher war, wenn man auf irgendwas gespart hat. Bei mir waren es halt keine Games, sondern andere Geschichten. Also, worauf ich immer gespart habe, waren Dolche. Ich bin so eine, ja, ich weiß gar nicht, ich finde Dolche wunderschön. Die sprechen ebenso wie Bögen mein ästhetisches Empfinden im höchsten Maße an. Also, ich habe immer auf Dolche gespart als Kind. Meine Eltern haben das Gott sei Dank mitgenommen, mitgemacht und ich durfte die auch immer kaufen. Gut, okay, das große Bowie-Knife, das war eh zu teuer und da haben auch meine Eltern nicht mehr mitgemacht, weil das war dann also wirklich echt zu viel. Aber so kleiner, kleiner, kleiner Dolch, das war eigentlich immer drin. Insofern kenne ich das Gefühl, nur heben halt nicht bei den Games. Jo, das waren auch schon die fünf Fragen. Also, es war gar nicht viel. Ich denke, vielleicht habt ihr was Neues erfahren, möglicherweise. Und jetzt soll ich noch ein bis drei Gamer taggen und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil die Leute unterschiedliche Haltungen zum Tag haben. Ich mache es sehr gerne, andere finden es nicht ganz so prickelt. Insofern habe ich mich entschlossen, diesmal nur einen Let's Player zu taggen und zwar würde ich gern den Sequarell taggen. Sequarell, mein Lieber, du bist getaggt. Wenn du Lust und Laune hast, dann mach die fünf Fragen. Ich würde mich sehr freuen, weil ich bin schon ein bisschen neugierig. Das war es auch schon. Mal ein Video, wo ich labere und unter zehn Minuten bleibe. Die könnte ich übrigens jetzt noch locker füllen, wäre überhaupt gar kein Problem. Aber ich mache Schluss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Ihr wisst schon, bis bald. Ciao. Ciao.